«Wenn du wütend bist, dann schreit auch um.» Sie sind aggressiv, weil sie immer schwarz angelegt sind, weil sie einen grimmigen Blick darauf haben. Sagen Satanisten. Eines der lustigsten Klischees, welches natürlich ein Pentagramm sehr oft und sehr gerne verwendet wird, welches man aber primär zur Provokation verwendet. Und schlussendlich hat das auch eine Ventilfunktion. Ich kann euch nur noch sagen, wir sind keine geschlossene Szene. Du kannst auch gerne mal an ein Konzert kommen und ein Bier mit uns trinken und einen guten Abend haben.